Diese zu veräußernde Sieben-Zimmer-Villa steht in San Vida. Das im Jahr 2009 erbaute Objekt verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über sechs Parkplätze. Es hat sechs Schlafzimmer, sieben Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 2000 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 512 Quadratmetern. Das Objekt steht für 3.950.000 Euro zum Verkauf. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Demont fügel shells, Fügelasst etern? und spügel mit Farbe accent und Schnabel? Bis zum nächsten Mal. 0.07 Quadratmetern.